Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Bahadevi und ich möchte ein Flaschenhaus finden. Ich weiß auch, wo es aussieht. Ich weiß, wo es steht. Das fällt mir nämlich immer tierisch auf beim ersten Mal. Und dann hole ich mir gleich bei der Gelegenheit doch die Blume für Level geschafft mit vollem Leben. Ich denke, auch das sollte machbar sein. Ich muss ja hier echt nur versuchen. Ah, da war da was Gutes drin. Ich muss ja echt jetzt die Haarzen vollkriegen, ne? Hm. Nee, war ne Summe. Jetzt hat es noch sachte Erinnerungen, aber Vertrauen ist gut. Kontroll ist besser. Da hätten wir die Schatzflug, ne? Aber hier war doch was, oder? Ja, hier sind Herzen drin. Da. Boah. Ich hab grad verheddert, weil ich mich am Hals gekratzt hab. So viel Kabel. Und zack, da waren wir voll. Jetzt muss ich nur noch das Flaschenhaus finden, ohne gekocht zu werden. Aber auch das ist machbar. Es ist definitiv im Hintergrund. Und eher so in der zweiten Hälfte des Levels. Oh, kacke. Da ist es. Okay, aber bevor ich mir das hole, hol ich mir jetzt tatsächlich die Herzen. Tada! Und schon bin ich bereit, das Flaschenhaus einzusammeln. Komm schon. Da ist es. Ach, da hat man einmal nicht genug hin und geguckt. Gut. Dann hoffe ich. Ich konnte euch helfen. Ihr hattet Spaß am Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Yoshi's Crafted World. Ich bin Maha Devi. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann husch husch ran. Gebt mir ein Abo. Also, tschüss.